servus oder schlechte unterhaltung ja es ist 3.01 nachts und wir haben uns mal spontan entschieden um es mal aufzunehmen haben zwar schon ein paar spiele intus aber ja und sollte hat sich jetzt auch noch mal reingeschlichen von daher wird das wahrscheinlich noch mal extrem werden außerdem ist das gerade tag 2 in dem zimmer ist alles abgekackt übrigens wer mich noch kennen sollte alle erst den glorreichen let's plays wie menschen linia mit dem aus die linie knell scheiße wie heißt es ist ja genau ist im jahr menschen wie die maus und dieses tolle tolle aufregende let's play von der öfter der was ziemlich ja dann ist halt noch eine feuer mit seinem endlos projekt wie das stimmt soll dann wer eigentlich die abo 2 allein geschafft hat der diablo im alleingang gekillt hat ohne dass wir es auf die linse gekriegt haben ja es wird mir immer wieder vorbehalten ja und wie man sieht an meinem tag ich bis zurzeit ein bisschen days was eigentlich ziemlich cool ist wir gehen bloß noch nicht dazu eine frage dazu zu kriegen aber was nicht passieren wird ja leider ansonsten sind sie und soll dann eigentlich über drei ziemlich erfolgreich da drin ich meine wir haben jetzt mal ein paar stunden bei ja wir haben einen tag überleben das wäre schon erfolgreich ansonsten ist das spiel eigentlich eigentlich cool andererseits aber auch total kacke und es ist wie total zeitauf fressen wenn man spielte hat man gleich mal ist es halb vier uhr morgens oder halb fünf ja wie gestern ja vielleicht nehmen wir auch mal ein part auf wo würde man eine halbe stunde in der botanik umlaufen oder rumroppen oder rumroppen was eigentlich selber nicht spannend wäre ich auch ganz cool vor allem wenn wir gestern so und so ein tolles feature wie die flashlight entdecken könnten ja in der mesia draus machen ach so sollten vielleicht wo auch das spiel ich mach dir mal mein lämpchen an oh gott wer ist denn eigentlich der der host des tages eine freie muss der host ach du schusser jetzt guck dir doch mal die maps wenigstens an alter da ist das viel länger viel schneller als tun viel länger ist das ist ja ja ich sehe bis jetzt nur ist es war gut gerade das war scheiße das ist sowieso keine scheiße dass wir ein riesengroßes von mir lassen das ist jetzt bevor wieder irgendwas schlimmes kommt ich fand das ding eigentlich von vorhin viel cooler ja das ist nicht cool das ist nicht cool das ist ich werden das mache ich nicht ich bin ja gelb es sind das haben wenn man sich mal es ist der rand es ist alles hängt an und das ist er hätte die homischen arme ich weiß ich mein profil nicht auswählen konnte wo er mich eingeladen haben und ja dann musst du vernichtet werden das er hat diese hieber und die hohe die hohe die hieber 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 keine ahnung was ich auch nicht habe bei der die hieber er hat das kann zum schlagen aber leider wird sich kommt man nicht mehr nach und zu viel selber und gekuckt Oh Gott, was für ein Flachern ist. Abwerfen! Abwerfen! Ist egal! Es reicht ja schon. Am besten gegen die Mine fliegen. Ja, das hab ich nur weil ich für ihn fliegen. Ja, ich suche den mal, äh, Zoltan. Unter Wasser. Ja. Das muss ich erst mal gucken, wie die Steuerung war. Äh. Das spielt sich hier mit deinem Controller, ne? Ja. Oh Gott. Der einzige Töne in einem Spiel. LKW-Fahrer. Nein, das ist ein LKW-Fahrer. Das passt sehr voll. Nein, das ist nicht. Ach, das ist ein Bogen. Hä? Oh, mach 50 Schaden oder so. Ich kann aber zweimal schießen. Ja, ich weiß nicht, wie meine Charaktere heißen. Du bist die mit diesem coolen Hut drauf. Du bist blau. Du bist alles feindlich. Du bist blau. Ja, das stimmt. Immerhin das stimmt. Du bist blau und du musst alle anderen tönen. 15 Sekunden. Keine Ahnung, was ich gerade tue. Nein, du tust jetzt nicht das gelbe töten. Bist du das Wahnsinns? Oh. Das war das Falle. Hahaha. Hahaha. Wie geil. War kein Erststrike. Nein, der ist erst später freigestanden. Der ist jetzt alles dran gewesen. Ja. Das kann passieren. Oh Gott, jetzt ist er dran. Jetzt geht's wieder los. Das ist immer süßig. Das stimmt bin ich da gar nicht. Du bist jetzt, du bist. Warte mal. Oh. Wer war denn der Maulwurf jetzt? Markus war der Maulwurf, ne? Markus war der Maulwurf, ne? Markus war der Maulwurf. Das ist Magic, so. Das ist in... Das ist in... Was ist das Spiel denn eigentlich? Ja, Gott sei Dank spielt er dann nicht DZ. Hahaha. Ja. Aber komm, ich hab gerade eine Person gefunden. Markus, ich glaub hinter dem Maulwurf, ne? Puff, tot. Äh, super, was war ich jetzt? Ninja, sein Action würde eigentlich jetzt auf Deutsch nix bringen. Ich hab' auch nicht so zu in Ruhe, dass er will. Ja, ich hab' keine, keine... Kein Dynamit mehr. Boah, kein Dynamit. Xenia. Hm. Oh, diese... Feuers frei. Bäm, bäm. 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 Oho, das könnte viel abgezogen haben. Na ja, Gutes. Die Aktion war billig und hat auch billig Schaden gemacht. Ja ja, ganz billig, hat über die Hünfte abgezogen. Ja und den anderen zwei Schaden, also es ist zwar nicht viel. Bein! Also, sämtliche Namen der Würmer ist rein zufällig und hat nichts mit lebendigen oder gestorbenen Personen zu tun. Mein Kopf bereit gestützt! Oh, da ist ein Coffeyreit geschützt. Also damn you, YouTube, du kannst mich da am Arsch. Oh Mist, das war so nicht gedacht. Das war ja total billig. Vor allem ist sie einfach so explodiert. Weil er auf den Coffeyreit nur gezielt hat. Er hätte neben dran ziehen müssen und dann... Egal. Wenn Chasen dran ist, dann würde das schon schon nicht beenden. Ach, da ist er ja schon. Was kann ich mit Chasen? Ja, ja, du musst nur gerade nach rechts zielen und dann ist Grey. Ich habe eine freie Auswahl. Willst du über Geld? Du könntest doch vor Syrah zielen, dann könntest du vielleicht, wenn Syrah fliegt, Grey auch noch gehen. Ja genau, wo mir die Erde dermaßen auf dem Kopf steht. Äh, äh, wie werfe ich das scheiß Ding ab? Enter, ja, aber erst... Normal mit Enter. Aha. Das wirfst du nicht, das legst du vor dich, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das... Was zum Teufel, hau ab! Oh, fuck. Oh, 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 auu! Es war ein Attack, den er regretten würde. Ganz gut. Es war ein Attack, den er regretten würde. So, es sind da unten zwei von mir und da oben zwei von euch. Yo, Guild, listen to Raid Leader. Das ist schon wieder, jetzt kommt gleich wieder die Aktion, ich spiss mich durch. Mmh, Arche ist dran. Wer ist dran? Arche. Agib? Arche. Arche. Wilde Fleische ohne Chlor, oder wie? Arche, achso. Ja. Und das ist Ace. Ja, genau. Das ist Arche und da unten steht der Dekad. So, wer ist jetzt dran? Ja, es war natürlich dann, dass der Bunkertyp reinkommt. Das ist unser Business. Ja, was machen wir? Ich könnte keine Karte machen, das würde aber nichts bringen. Na, ist Moon in Ruhe. Der hat ja gar nichts gemacht. Ja, könnte ich den wieder zurückschlagen? Na, das ist doch auch nicht eben. Er hat doch das schafft. Der hat ja geobachtet den Wurm vor sich, was er macht. Äh. Wie grinst du? Sind sie bald? Was sind denn drüber, ja? Alter, guck dir das an, ey. Hild. Jo, wieder auf den Hut gelegt, oder was? Auf meinen Zylinder, Mann. Uff. Es gibt sie, dass er das mit drei Mal lebt. Er wird die Balance zur Ordnung. Ich mach ganz frech an. Ey, jetzt guck auf den Boden, schäm dich. Genau. Gehm dich, dass du lebst, aber toll. Ja gut, du kannst mir nichts, du wirst ja nicht dein eigenes Wurmthütten. Oh doch. Das ist doch alles gut, wenn du es zum Beispiel darunter stehst. Ja, aber ich will dir ja lustig, lustig finde ich mir jetzt den Boden verschätzt, die ich selber damit um die Luft jagd. Oh Gott, wie billig. Oh, da kann man dich tief verzielen, es geht nicht. Ne, da triffst du nicht. Ätsch. Was kommt denn da langen Boden? Hedge oder tot? Ätsch, ja, ich hab ein Hemm auf. In the beginning, there were worms. Aha. Und jetzt? Das ist der zweite Schuss. Du hast doch noch einen zweiten Schuss zum Spolt. Er hatte nur fünf Sekunden, Odo. Halt weg. Du stehst. Oh Gott, der trifft so weit weg. Piper hier. Er hätt bestimmt ein Lineal gehabt, gerade zur Hand. Ja, ich hab schnell so ein Geodreieck hingelegt und schnell noch gerechnet. Jeder gute Mann ein Lineal im Schreibtisch hat. Oder in der Hose. Ich konnte es mir nicht vergneifen. Ja, das war aber auch gerade auch zweideutig. Ja, das war auch ziemlich... Das war so eine Vorlage, die konnte ich nicht. Mmmh. Alle, die schrotzen daraus wollen. Ja. Ja, was sonst? Gerade was gerade noch so... Was gerade noch inne ist. Mit dem Bogen. Den Uzi. Den Bogen, Sebastian. Äh, voll da. Get that cool down. Needs repair. Dennoch feige in den Rücken schossen. Sir, the only night hood works. Das kannst du noch das Eck wegschießen. Das Eck kannst du noch wegschießen, wenn du willst. Das ist doch auch zuerst mit den Linien, weil ich die Hoheposition mache. Das hätte ich wohl tun können, aber... Dann schieß das Eck weg. Das ist Eck. Ja, da wo du nicht hochkommst. Oder schieß dich selber, Brot. Ne, ich hätte mich ja schon rumgedreht. Das war jetzt ja... Einfach mal wild durch die Gegend schießen. Irgendwelche Briefkästen kaputt machen. Wir müssen dann ja frei eins dran. Um, abseits von Böse. Oh Gott, wie das so ein Bung-A-Wom, Alter. Ja, Jepic kostet auch nicht mehr, ne? Doch. Nur dann. Der kann natürlich die Kisse holen. Er braucht doch keinen Telebot machen, der hat doch nur ein Lüftern gefunden, so ein Scheiß. Danke, dass du sagst. Eiße. Nein! Oh, es trifft ihm sogar doppelt. Ich werde dich nie zusammenkommen. Oh, war nicht so schlimm. Boah. Was du sensst, Maske, das ist unser Geschäft. Soll ich eine Skimaske aufwachen, oder? Skimaske? Was? Maske, ja. Na, Jason ist verfriedlich, Mann. Ich will doch gar nicht dehnen. Hörst du auf? Was hast du da? Oh Gott! Hörst du auf? Was ist denn das? Ich will schnell moves hier. Okay. Lass dich fallen und schieße nochmal. Konzentriere. Ja, das war nix. Ah! 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 Du hast natürlich eine hervorragende Position gewählt, um getötet zu werden. Oh Gott! Wenn Sura total pro wäre, würde er jetzt eine Granate direkt hinter der Seppel werfen. 10 Sekunden! Never! Ach komm, das ist zu selten! Oh Gott! Er macht einfach was da! Der macht einfach was da! 50% Damage! 100% Damage! Das ist natürlich noch viel wirksamer! Ja! So sieht's aus! Hm! Kack schon wieder so ab, der im Spiel! Ja, mit deinen Skills bist du mit einem Wurm genauso gefährlich! Hast du jetzt mit der Linie gesprungen? Oh, ich seh'n knapp gerade! Das sah schon ziemlich pro aus! Und ich hatte der Kontrollanhänger! Äh, wie hast du gerade gewechselt? Du kannst leben, aber du kannst leben! Schade! Du wirst von der Galaktischen Ordnung verabschiedet! Es war ein Moment der Schmerzen, das in der Tragedie endet! Das war's für MC Bunker, Markus! Ja, du könntest überleben! Puff! Nee, nicht drunter! Obwohl, doch dran... Nee, nee! Mit den Pfeilen nicht mehr! Ja! 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 Es ist ganz... Das ist unglaublich! Ja! Denken. 10 Sekunden später. Hier waren Worms. Alter! Und 65. Ja, schau. Richtig stark. Kannst du dir sagen, springen wir nicht Worms 3D, ey. Ja, W-Fahrer. So billig. Was denn? Dich schießt töten? Nein! Doch, du könntest einmal dich durchschießen und dann nach unten schießen. Du könntest sicher auch mal mit einem Seil runterlaufen, mit einem Meter auf den Kopf legen und wieder hochgehen. Du würd' ichs machen. Weiß gerade nicht, was ich vorhabe. Gut, dass du keine Zeitdruck hast. Du musst rufen deinen Griff und zerstören alles. Muss das sein, ey. Jetzt sind wir runter und wir machen eine neue Wurm-Volkerschaft. Oh, ich glaube, das schaffe ich eh nicht mehr. Wollte eigentlich nur nach oben. Nein! Ich will nicht! Lass' ich los! Was? Geh da rein! Geh da rein! Du musst doch rein! Nein! Du musst doch rein! Oh Gott! Oh Gott! Seid ziemlich rassistisch aus. Ja, sag das mal zu deiner Freundin. Oh, geh da rein! Okay, nächste Box! Da links! Ich würd' einfach ins Wasser springen. Ja, ich würd' mich auch erlosen. Das ist das... Das wird nix. Oh Gott! Oh Gott! Ist mir schlecht! Ich würd' euch erst bekommen! Uiuiuiui! Besonderes, glaub ich. Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Verdammt, das war nicht! Das war nicht so gut! Oh nein! Das war nicht so gut! Mit drei! Lass' den hat vollen Bogen! Oh, der Bogen hat ne ungünstige Position! Komm mal! Zu, Karte! Das ist unser Geschäft! Du wolltest zu bauen, Mann! Bau also zu, oder ich schmeiß dir deine verdammte Miene ins Gesicht! Ja, ich glaube nicht, dass Probe dazu noch mal kommt! Na gut, dann baue ich zu! Nein! Ach, was zu? Sehr gut! Der hat mich probiert! Der hat mich probiert! Oh Mann, ey! 10 Sekunden später, in dem Beginn, es waren Worms. Was hast du denn? Das kannst du nicht töten! Was hast du denn? Das sind wir ja sogar bemutmäßig! Ja! Zwischen die Augen! Vergeigst du sowieso! Vergeigst du sowieso! Du ich nicht! Doch! Ja, noch ein bisschen niedriger! Fuck! Ja, ich würd noch bis... Das ist wie ein Fall! Ach, Schuss! Was, wieviel Schuss hat man da? Nein! Ich würd jetzt durch den Pfeil noch mal durch! Ach, schade! Oh, dear! Wormlands Premier, Ivory Benzin Kettering! Ich find's cool, dass der Pfeil immer noch stiegs, vielleicht kann man den wieder aufsammeln! Hm! Say hi! Just what the doctor ordered! Benkrakete! Oh so! Verdammt! Oh, schade! Auf am Becken! W-O-R-M Couriers! Auf Zeit! Auf Budget! Auf Ihren Kopf! Yo, Guild! Listen to Raid Leader! Ja, hier sind alle in ziemlich kack Positionen, möchtest ich mal sagen, ne? Ja. Ja, gerne nach Raid, die sind alle davon verteilt und keiner ist irgendwie... Da PIX steht irgendwie rechts, du bist da unten eingebogen worden, wo ich doch... Keine Ahnung, ob jemand da hinkommt. Was musst du hier machen? Bei einem Scheiß-Bogen! Bei einem Scheiß-Bogen! Doch der vorne! Listen to Raid Leader! Ja, versuch's doch mit'ner Bunker-Bombe, du gib's toll! Nimm dich doch oben drauf, Markus! Oder da hin, ne? Genau! Gürt's da runter! Oh Gott! Sehr gut! Das ist's wie die Scheiße! Ahn schön, die Kommando Elite! Das ist was du sagst, das ist unser Business! Was tun wir diesen tiefer Gehens? Halt den Arsch hier weg! Ah, das könnte ich jetzt machen, aber wie viel Kackwurr machst du eigentlich noch? Lutsch meinen Wurmansatz! Also... Ah ok, das geht eigentlich... Dich kann ich erstmal eigentlich ignorieren... Ja, richtig schön! Hör auf! Böse aus! Voi, was wird das? Ja, erstmal mal gucken, wie man dieses Ding hier umlenkt! Das ist unser Business! Ja, Richtung Y-Mim auf dem Controller! Oh, mit Y geklappt geht's auch sogar um eine Tastatur! Das wird nichts davor! Das wird auch nichts! Das wird auch nichts! Oh Gott! Abo, da ist die Mine! Geil! Hey! Das hat mich ja fast verbrochen! Sehr gut! Wann ist ein bisschen dünner gemacht? Ja? Vertrag ruhig! Mal gucken, was es bringt! Aber eigentlich war das ein Zeiger! Das dynamische Duo! Jetzt wird Ace noch machen, ey! Lauf! Lass das! Pull! Aus! Aus! Jetzt muss es nicht reichen! Woah, fuck! Auch natürlich! Jetzt kommt die Mine! Nee, die blinkt leider nicht! Diese Cut-Mine ist ein Blickgänger! Ich hätte nicht so fest machen sollen, dann wärst du direkt draufgefallen! Ah, was könnte ich denn mit Ace? Ich hab einfach hier das mal über diese Mide springen, das ist unglaublich! Weißt du, diese Würmer, die haben dir gar nichts getan! Was ist das jetzt für ne Aktion? Ja, wenn ich mich jetzt da oben bewege, bin ich tot! Ups! Ja, aber so viel Schaden macht die nicht! Ja, aber mein Zug ist rum! Yo, Gil! Hör auf den Raidleiter! Oh, jetzt hab ich noch genau ein Zug! Das ist scheiße! Ja, du hättest zwei haben können, um dir mehr Schaden zu machen! Ja! Deine Fein holst hier alles ab hier ohne Mende! Hat scheinbar ein zusätzliches Minamid! Stimmt, das muss er aufgesammelt haben! Ja, da guckt er jetzt einfach mal die Mauer an! Hm, richtig! Hm, eine tödliche Mauer! Klick, 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 klick! Noch fünf Sekunden! Fünf Sekunden! Fünf Sekunden! Das wird nichts mehr! Was passiert da gerade? Äh... Wird unsichtbar? Oh, das ist jetzt scheiße! Das hält aber glaube ich gar nicht ewig! Äh, alle seine kranken Würmer sind unsichtbar! Das ist schlecht! Ich weiß genau, was du da oben bist! Ja, dann springe ich in die Luft mit irgendwas, was du hast! Ja, mach irgendwas! This is our business! Was ist das? Ja, genau das ist ne gute Idee! Nach oben! Das ist gar nicht so verkehrt! Ne, jetzt nicht mehr, das kriegst du nicht mehr hin! Das hättest du vorhin machen müssen! Zehn Sekunden! Also baue jetzt noch was oder bist du tot! Oder beam es dich nach oben, Alter! Ja! Ja! Das sollte eigentlich auch gereicht haben! Heal me! Ne, das reicht nicht! Blast! Das mir zugestanden wäre, um mich zu retten! Ja! 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 Ja, weil ich dich hoch geschafft habe, verdammte Scheiße! Ja, weil ich dich hoch geschafft habe, verdammte Scheiße! Ja, vielleicht äh, 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 der Grabstein, der mich vor Sicht beschützt! Ist mir irgendeine gemerkt, wo Markus ist? Ne, ja, unten bei dir! Äh, ich find den andern oben! Ja! Der ist, äh... ...schließ! Am, äh, durchgang! Um die Usi! Dann bewegen sie sich alle und dann kommt die andere dazu und dann gibt's doppel-Usi! Oh fuck, ich war kurz davor vor Sudden Death, ey, das gibt's doch gar nicht! Ah! Ah! Oh! Das könnte übel sein! Huge damage! Die Definition von Brillanz! Jetzt geht's um alles! Ja, der kommt sich um Scheiße! Ja, und ich habe Freion eigentlich die perfekte Position gegeben! Ja! Erf einen Streif! Oh fuck! Fartogas! For times when you want to be left alone! Nothing says farewell! Better than a... Au! Ah! It was a moment of madness that ended in tragedy! Oh! Scheiße! It was the final farewell! Und bedenke der andere als unsichtbar! Das war halt jetzt natürlich nur reines Zeitglück! 10 seconds later! In the beginning! There were worms! Und jetzt muss das bringen! Der andere rum besteht noch genau da, wo vorhin stand! Habe jetzt noch stand da! Doch kann ich her springen können! Dann muss ich vielleicht noch stehen! Dann muss ich wirklich nachher stehen! Es gibt vier Sekunden Zeit, da habe ich noch Zeit, weg zu springen! ja ja möglich auch nicht oder auch nicht das weiß man nicht ja an die kann einfach nur eine schottladung in die oder genau ein natürlich der schuss des tages nein das darf nicht wahr sein der steht da noch ich habe doch ich wollte das wird das sagen als gewinner lege ich fest der verliere muss ein let's play machen also alle drei der erste leere also alles macht doch gerade eins ja 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 da ich auf dem ziel ist ja das war es ja einmal los und ich hätte zwar wieder lassen sollen ja sehr schön und wenn man der würmer uns gefallen hat daumen hoch oder auch nicht genau da machen wir vielleicht öfter mal so was mit verschiedenen sachen ja jetzt kommt aber nicht mit dem abonnier scheiße und kalt ist das brauche machen wir nicht doch wir sind Mr. Guru oder wie der hieß der genau einmal leiten einmal verhelfen und euren Freunden erzählen und der Mutter auch die Böder hat ja muss sagen die zu spät das war's von uns sind seit eines mir jetzt gleich spontan aufgenommen ich bin euer syria gute nacht good night fight good night good night good night